. Hast du es schon mal erlebt und denkst, du kennst jemanden... ...so gut, wie du nur jemanden kennen kannst? Und irgendwann wird dir klar... Andy, runter! Und? Dass du dich geirrt hast. Schon verrückt, was ihre Mom da getan hat. Wir haben nicht viel Zeit. Du musst hier weg. Du kannst mit niemandem reden, okay? Keine Anrufe, keine Textnachrichten. Das sind einfach ein paar Dinge... ...die du nicht verstehst. Immer wenn ich denke, dass ich endlich etwas weiß... ...hab ich noch mehr Fragen. Wir alle tun Dinge, die wir lieber vergessen würden. Mama, sag mir nur die Wahrheit! Wer bist du? Ich habe es nicht mehr gesehen, wenn du nicht mehr so... ... gibst du dich! Untertitelung des ZDF, 2020